Du musst mir genau erklären, was passiert ist. Ein wichtiger Teil dieses Prozesses ist, dass ihr eure Verbindung als Brüder aufbaut. Eric und ich haben zusammen unsere Eltern getötet, also würde ich sagen, stehen wir uns ziemlich nah. Jetzt kommt's auf uns an, okay? Sie werden verdammt stolz auf uns. Sie werden verdammt stolz. Ich dachte, wenn wir sie loswerden, würde ich mich besser fühlen. Aber ich, ich hab diese Albträume. Du checkst es nicht, Verflucht! Du checkst es nicht, Eric! Wir haben's geschafft! Wir haben's geschafft! Warten Sie mal kurz. Hast du Grilledcheese und Leitungswasser bestellt? Ja. Wie viele Shrimps haben Sie? Eine genaue Zahl, bitte. Und wir haben uns entschieden, dass wir das nicht mehr so hinnehmen. Unfassbar! Wir werden dem Leben mehr Opfer langen. Und wir fangen gleich damit an. Und Verflucht, wir werden nie wieder zurückblicken. Kein Mensch ermordet seine Eltern so. Entstellt's mir ihre Gesichter. Das hat nichts mit Geld zu tun. Es geht um etwas Tieferes. Dunkleres. Eric, ich weiß, dass Sie stolz auf uns wären. König ist. Fuck! Ich weiß, wie ich jogos Mig één! Ich weiß, wie Joseph Ora du schנסst habe. Was ist sie? Gust Assim, schon? Vielen Dank.